So, ich gebe zu. Ich habe mal ein bisschen gelunchert, aber nicht weiter, wo der Fehler ist. Und zwar ist genau hier in der Ecke Schalter. Aber habe ich den Furnst nicht gesehen? Ich habe den Automaten bedient. Na ja, egal. Gut, das haben wir erstmal. Da gehen wir jetzt hinein. Seid ihr listig genug, um alle Römer zu eliminieren, bevor die Krüllen sich entzünden? Oh ne. Aber wieder mit Zeit. Warum denn mit Zeit? Scheiße. Warte, bewegen sie sich wenigstens nicht. Oh ne. Und in der Luft wird man versuchen, sie zu entzünden. Okay, okay. Okay. Es stimmt also, sie existieren wirklich. Ihr solltet die Kanone benutzen, um diese Schmeißfliegen schneller zu erledigen. Hier in der Nähe der Kanone die Aktionstaste. Und zielt auf den Feind, um ihn wegzupusten. Okay. Okay. Wir haben erstmal hier geschützelt. Gehen wir mal rein in die Wumme. Okay. Ja, das tut automatisch an, bis hier. Und das ist natürlich auch geil. Wir dürfen die nicht so nahe drankommen lassen, wie es aussieht. Weil dann treffen sie ihn. Warte, diese Pissaden. Aber wir müssen erscheinend auch noch achten, dass man in die Gruppe nicht ankommt. Ah ja. Scheiße. Da kommen viele. Verpisst euch. Oh, mein Finger ist weg. Oh, mein Finger ist weg. Oh Gott, das kommt hier. Oh Gott, das kommt hier. Oh Gott, das ist das cool, was ich da mache. Auf jeden Fall habe ich Stress. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Auf die Kuppel! G-30er War nicht so schlecht aus, finde ich Da ist doch schon noch ein Haken dran 5er, 4er Die haben wir auch, 3er, 2er Mal aus, wenn das alles war Aber ihr habt auch schon Folgen, die am Mann haben besorgt Die haben auch noch 4er, ok Na ja Kann mir noch irgendwas holen Nein Gehen wir hier wieder raus Ok, das war jetzt welche Tür Kann ja eigentlich müssen die hier oben sein, oder? Aha Ok Vielleicht gibt es ja was zu speichern Ja Kann ich hier mal rein Unglaublich Asterix Unser Dorf Hallihallo Wir sind zurück Wart mal Obelix Irgendwas stimmt hier nicht Das ist nicht unser Dorf Das ist meine Nachbildung Schau mal Die Hütte von Trubanix ist viel kleiner Sogar die Bäume sind falsch Kaum zu glauben Alles falsch Das ist richtig Aber Cäsar hat dieses falsche Dorf für die echten Bewohner gebaut Für echte Bewohner wie wir? In Lasvegum werden alle eroberten Länder nachgebildet Euer Dorf bildet die Krönung für die Eröffnung von Lasvegum Das Dorf der unbeugsamen Gallier Endlich besetzt Cäsar plant also unser Dorf zu besetzen Das ist es! Ohne uns und Miraculix ist ihm das echte Dorf ausgeliefert Schnell Obelix, uns bleibt keine Zeit Dort geh ich erstmal speichern jetzt Sooo 71 muss ich töten Wut 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 Scheiße die Scheiße Hier Das ist gar nicht mehr so gut Wie war denn das Leid, diese dumme... Auf jeden Fall ist hier auch keine Zeit... Oh Gott! So irgendwo wo wir uns öffnen können Warte, wie geht's wirklich was? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wo ist denn der mit dem Geschenk? Ja, das wurde wie nix... Rage könnten wir jetzt schon aufgeben... Aber wir halten uns... Oh, die Flange... Aha... Oha, jetzt haben wir... Vielleicht können wir doch weitermachen... Wartet, 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 wartet... Ey, das ist doch scheiße... Wir kommen mit... Wir kommen mit... Hör, der wird... Jaa... War ein sinnloses Zeitgemerk jetzt... Jaa... Wenn wir einmal... Ähm... Zaubertrank kriegen würden... Hm... Wie haben wir jetzt hier? Wie haben sie uns gegeben? Deine Fresse, ey. Aber wenn die Idioten ihn treffen, dann aber richtig. Müssen die erstmal wegmachen hier. Die Künden sind wirklich heftig. Verlangt ihn ja vom Zauber dran. Aha, da geht er eigentlich. Die letzten Zwecke haben wir ja auch noch gegen. Komm, neun, neun! Jawoll! Das war stark. Also das war stark. Gleich speichern nochmal. Und da würde ich auch sagen, ne, wir lassen es einfach dabei. Wir machen Cut. Da haben wir heute einiges geschafft. Das ist gut. Und dann machen wir dann beim nächsten Mal genau hier weiter. So machen wir das.